Like, Subscribe and Share. Love Nature. Putzmunter. Den geht es gut. Den werde ich nachher auch freilassen. Und wie man hier ganz gut sehen kann, das dreh ich mal eben. Hier so ein Sekret, das aus der Puppe ausgetreten ist beim Schlupf. Das ist wohl relativ normal. Sieht aus wie so eine Blutlache. Leider konnte ich ihn nicht dabei beobachten. Als ich jetzt gerade nach Heim kam, habe ich gesehen, dass es soweit ist. Ich freue mich wirklich, dass es schon mal geklappt hat. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Es sind ja noch drei Puppen. Von den fünf Raupen ist ja leider eine gestorben. Also haben wir noch drei über. Und ich hoffe, dass wir da genauso erfolgreich sind, wie wir es jetzt waren. Tja, bis dahin. Ich melde mich natürlich, wenn es etwas Neues gibt. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020